Oh oh oh, da vorneaaaao war zu ich. Hallo Süßer, wie wärs mit uns beiden? Na Dimzl, gescheitkalt, aus gell? Steig rein, dann bekommst wenigstens was warms im Magen. Hallo, mein Süßer. Für 50 Euro mache ich dir alles. Oh, ehrlich? Kannst du auch Haare schneiden? Was verschlagt ihr so in unsere Richtung? Wir hatten einen vermanenen Kongress hier in der Gegend. Aha, und was macht man da so? Dieses Wochenende lernten wir zum Beispiel, dass Indianer am längsten können und Bayern den größten haben. Darf ich mir vorstellen? Wille zu Huberbauer.